Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal das Spiel YouTuber Raten. Vielleicht kennt ihr... Vielleicht kennt ihr das von... Na, Freunde! Ja, mit... Drachen- Der Tommy heißt. Ja, ähm... Ich habe ihn letztes Mal gefragt, ob ich ihn Tommy nennen darf, aber er hat keine Antwort gegeben. Ich bin zu geil. Vielleicht kennt ihr das Spiel auch von Lowe. So... Das ist mal los. Ähm... Nein, hä? Danke. Das ist... Apo... Red... Ich weiß nicht. So... Es hat etwas dunkle Haut, und ich will grad nicht rassistisch sein. Jetzt denken wir das nächste auf. Das ist Rewindzeit. Rewi! Der ist cool. Aber... Ähm... Kurzer Tipp. Kleine... Jüngere... Und... Ihr dürft... Ihr dürft... Das ist Contrafter. Ähm... Ich weiß. Die Lowe ist aber ganz... Aber... Ich kann euch schon mal sagen... Die Jüngeren... Ich... Ich würde euch Rewi nicht empfehlen, weil... Er ist ein bisschen... Ja... 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 So läuft... Ähm... Salam Aleikum... Keine Ahnung... Ich kenn die aber... Das ist die Ape Prime... Warte mal... Warte mal... Warte mal... TV... Das ist die Ape Prime TV... Ich dachte schon, das wäre Julian Ban... Tobi, weißt du wer das ist? Nein... Ich kenn ihn gar nicht... Dann frage ich auch mal... Nein... Tobi... Alter, den kenn ich doch nicht... Ich kenn ihn auch nicht... Äh... Wir werden doch mal... Ähm... Nein... Ich rann einfach... Ah... Das war Melina Sophie... Sorry, dass wir nicht so viel reden... Ähm... Vielleicht ist das ja... Vielleicht ist das ja... Vielleicht ist das ja... Der Drachen unterstrich... Nein, das bin ich nicht... Wenn du so aussehen würdest, ne... Davon träumst du, ne... Nein... Nein... Ich bin einfach, wie ich bin... Boah, ich hab keine Ahnung, wer das ist... Vielleicht wär ich... In ein paar Facecam-Videos... Ah... Warte mal... Hässig finden... Das weiß ich... Also... Hört das... Hört auf Hate-Kommentare zu schreiben... Dann hat ihr kein Herz... Sorry Leute, wir warten gerade auf eine Antwort von einer Freundin von mir... Nein... Meine Freundin... Eine Freundin... Deswegen... Werden wir das schneiden... Wir haben keinen Bock mehr... Ciao... Das... Das war's mit diesem Video... Ich hoffe, das hat euch gefallen... Euer Zopp-Boy... Oder Dennis... Ähm... Wir kommen nie wieder... Yeah... Verabschiedet sich jetzt... Wie... Schwule Finger... Ciao...